Ich bin 16 Jahre alt und bin jetzt hier zu fest am Geniessen. Ich habe drei Tage gepasst und bin jetzt durchgehend hier. Du willst zu schwimmen? Bist du heute zum Velo gekommen? Zu Fuss. Velo ist zu riskant. Und was hältst du eigentlich vor? He nach eigentlich nichts Spezielles. Morgen bin ich an das Bier zu fuhren. Und ich habe einfach ein paar neue Leute kennenzulernen. Meine Räder sind natürlich auch hier. Das Highlight von Schmetta, da müssen wir natürlich dabei sein. Ob Schiff oder schönes Wetter ist. Es ist einfach ginge. Jedes Jahr dabei? Ja, bis jetzt jedes Mal da gewesen. Dieses Jahr komme ich hierher. Wie die Kleinsten. Jetzt auch schon willkommen. Und ihr habt es lieb, komme ich jeden Tag. Aber ich komme natürlich auch gerne nach Hause. Das ist ein einmaliges Erlebnis. Und ich komme mich gerne und freue mich auch schon lange raus.